Für unsere Guga-Musik und das heißt, es wird laut und schräg. Freuen Sie sich jetzt auf die Pioniere der Guga-Musik hier im Bayerisch-Schwaben. Sie waren die Ersten, die vor über 20 Jahren diese Schweizer Erfindung zu uns gebracht haben. Mittlerweile gibt es natürlich viele Nachahmer, aber hier ist das Original. Hier sind die Weißer Horror Gigerlers Bronzer. Die Weißer Horror Gigerlers 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 Bronzer Die Weißer Horror Gigerlers Bronzer